Ja, meine Leute, euer Vionix am Start und heute gucken wir uns mal an, warum Yisera oder wie Yisera aktuell immer noch das Meta kaputt macht oder wieder, muss man vielmehr sagen, denn immer, wenn sich was ändert, ist danach irgendwie Yisera wieder problematisch, dann wird's gefixt und danach haben wir wieder ein Problem mit ihr. Und ja, sie ist wieder nach wie vor ganz vorne im Scoreboard mit einer sehr, sehr hohen Durchschnittspazierung und wir gucken uns deswegen mal an, ja, was ist da eigentlich los mit Yisera, warum ist sie so zuverlässig immer in der Top 4 und man verliert eigentlich fast nie Punkte, weil man immer sehr zuverlässig auf einen Midrange-Bit gehen kann, der sogar mit den ganz großen Bits mithalten kann. Und ja, deswegen hab ich mir gedacht, wir nehmen hier eine Runde, die ich jetzt gestern gespielt hab und ich setz mich da mal im Voice-Over zu und wir gucken uns das ganz schnell an. Es ist nämlich eigentlich relativ easy und vielleicht was langweilig, deswegen hab ich gedacht, im Voice-Over-Stil ist es dann nochmal eine Ecke schneller und wir kommen schneller zu dem interessanten Punkt. Punkt, ihr seht hier am Anfang, ich krieg einfach so viel Chromo-Wings vorgeschlagen, dass ich die einfach mitnehme und da die safe und triples mit habe. Dazu kommt noch, dass das gleiche würde auch mit Redwaps funktionieren, man macht einfach das Board voll mit Redwaps und hat dadurch im Early-Game halt sehr, sehr starke Units, weil der Schaden, den Redwap macht, sagen wir, man hat Double Chroma, Double Redwap, das sind zweimal vier Damage random auf dem Board im Early-Game. Das ist so viel Schaden, da kann kaum jemand mithalten. Und, ähm, ja, dazu kommt, dass viele der Quests natürlich Tempo-Quests sind und alle Start-of-Combat-Sachen, ähm, werden stark ausgenutzt mit Ysera, weil man natürlich leicht Terragossas findet und Terragossas sind eine der Karten, die definitiv viele Probleme, äh, hervorrufen. Ähm, ja, aber bevor wir hier über Terragossas sprechen, können wir uns das mal kurz hier im Early angucken. Das Leveln am Anfang mit Double Chroma, zwei, drei, vierer Units, ganz solide, bis Turn 3 machten wir gar nichts und wir kriegen irgendwie keinen einzigen Redwap, sondern wir kriegen nur, ähm, Chroma Wings. Aber ja, okay. So, äh, Turn 4, wir dürfen die Quest auswählen und, ähm, ich gucke da so ein bisschen durch, aber sind wir ganz ehrlich, die Quest, die wir auf jeden Fall erfüllen werden, ist die Quest ganz, äh, ganz rechts. Man muss acht Elementare oder Drachen spielen und, ja, was werden wir wohl mit dir selber spielen? Klar, wir forcen Hardcore Drachen und, ähm, deswegen ist das einfacher als neun Minions zu kaufen, weil wir garantiert nur Drachen kaufen werden. Wir können Drachen garantieren, also machen wir das. Ich, äh, level hier, bevor ich triple, äh, an der Stelle, weil Terragossas finden wir auf jeden Fall, wenn wir rollen auf Tavern Tier 3. Wir wollen aber nicht auf Tavern Tier 4 leveln, weil wir den Pool an Drachen nicht zu groß machen wollen. Ähm, deswegen nutze ich die Triple, um nach Möglichkeit Tavern 4 Drachen zu finden, allen voran natürlich der Promo Drake, Price Promo Drake ist die Unit in Kombination mit Terragossa. Das sorgt für Stats und, ähm, das, äh, gucken wir uns jetzt gleich auch an, dass wir uns das holen. So, das war an der Stelle vielleicht ein Zug, der gar nicht so sinnvoll war, weil, ähm, Ähm, ich hätte für die 7 Gold auch einfach 2 Chroma Wings kaufen können und, ähm, hätte dann statt dem Salimental da den Shell Collector immer noch stehen gehabt und hätte 1 Gold noch gehabt. Einziger Vorteil daran, das so zu spielen ist, dass ich die nutzlose, nutzlose Unit, was in dem Fall der, ähm, Salimental war, aus dem Shop rausnehmen kann und eine Unit mehr im nächsten Shop sehe. Und das war der Grund, warum ich es eigentlich gemacht habe. Ich wollte einfach nur Platz im Shop machen, ähm, um eine mögliche Tavern 3 Unit zu sehen, ne, bevor ich weiterhin Tavern 1 Unit da freeze. Ähm, ja, aber allgemein, auf dem Board hat es uns das jetzt nicht stärker und nicht unbedingt schwächer gemacht. Ob wir jetzt da 2 oder 3 Attack haben, das hat jetzt nicht den Unterschied gemacht. Und wir hatten das eine Gold sowieso übrig und dadurch, dass es ein Token Minion war, passte das vom Gold her einfach gut rein. So, das ist leider nicht der, der 3 Drop, den wir sehen wollen. Deswegen überlege ich hier, ob ich hier schon mit dem Triple gehe, aber ja, ich werde nicht, nicht zeitnah leveln, das heißt, ich werde auf jeden Fall in den 4 Drop trippeln. Jetzt kann man sich überlegen, da ich viel suchen werde, ist Elise vielleicht ein guter Drache, äh, guter Drache, eine gute Unit und, ähm, den Bronze One werde ich auch nicht freezen. Auf geht's in den Kampf gegen Skeps hier natürlich. Da verlieren wir leider nochmal. Aber es ist jetzt nicht größer tragisch. Denn wir sind da angekommen, wo wir eigentlich hinwollten. Wir sind einen Drachen davon entfernt, unsere Quest auszulösen. Wir sind auf Level 3, wir können Terragossas finden. Ähm, wir können Sachen trippeln, um einen, ähm, Promo-Drake zu finden. Und da ist unsere erste Terragossa und noch ein zweiter Nether-Drake. Nether-Drake-Kombination auf einem vollen Drachen-Board natürlich ganz cool, weil alle Drachen plus Attack bekommen. So, und Cooked Book ist ausgelöst, das heißt, wir fangen jetzt an, ähm, mit Cooked Book auch ein bisschen zu scalen, das heißt, jeden Drachen, den wir nachkaufen, der bekommt ein Plus-Eins-Plus-Eins-Buff, ähm, beziehungsweise, dieser Buff steigt jedes Mal um, Plus-Eins-Plus-Eins für jede Unit, die wir kaufen. Ähm, bedeutet Drachen, die wir jetzt nachkaufen, haben automatisch dann mehr Stats als die Drachen, die wir jetzt schon auf dem Board haben. Heißt, wir können sie nach und nach das Board gegen stärkere Drachen austauschen. Ähm, passt natürlich super in unsere Midrange, ähm, Midrange-Taktik, dass wir gar nicht großartig mehr leveln wollen, sondern einfach das ganze Gold daran stecken, Units zu kaufen und dadurch Tempo auf dem Board hier gerade aufzubauen. So, auch da sehen wir ein Drachenbild, ähm, und verlieren hier sogar nochmal. Und das ist das Krasse daran an, an Terragossa, äh, an Terragossa, an Ysera. Man verliert am Anfang wirklich selten so viel wie wir jetzt hier gerade, und selbst wenn man das tut, hat man eigentlich genug Möglichkeiten, ähm, hinten raus, so, so viel Scaling am Board zu bringen, obwohl man nicht levelt, ähm, dass, dass man wirklich gut dasteht. So, wir sehen hier in der Runde, wie ich kann, Terragossa, äh, trippeln und Netherdrake trippeln, finde aber mit den Trippeln nicht wirklich was Nützliches. Ähm, muss also nochmal gucken, wie ich das mache. Windfury kriegt natürlich hier die Terragossa, weil es unsere größte Unit ist, und dann müssen wir mal gucken, ob wir das so, was wir holen können hier. Turn 8 auf 6 HP, knappes Ding, würde ich sagen. Ähm, bisschen krass, wie viel Tempo die Gegner hier mitgebracht haben, weil man muss schon sagen, ähm, eigentlich war Double, Double Golden Chroma schon viel Tempo, dann sehr früh die Netherdrakes mitgenommen, auch eigentlich viel Tempo, und wir werden auf einmal, trotzdem verlieren wir so viele Fights, weil viele Leute auf diese Deathrattle Builds spielen und sehr, sehr frühes Tempo halt hatten, ne. Aber, wir sehen hier dann endlich, der Kollege hat noch gar nichts verloren groß, aber wir sind endlich die Ersten, die ihn dann doch sehr deutlich besiegen können. Ähm, hätten wir mal früher gegen ihn gefightet. dann hätten wir nicht so viel HP verloren, ne. Aber auf geht's. So, Katze fliegt raus als erstes, kriegt also gar nichts von ihrer Hero Power. Ohne Hero Power spielen natürlich immer schade. So, wir rollen, wir kriegen auch den Monkey. So. Und da einer der Drachen, der definitiv dazu beiträgt, dass es aktuell problematisch ist. Wir finden endlich den Promo mit dem dritten Triple, äh, mit dem dritten Discover, äh, Promo-Drake. Und wir gehen damit Full Drachen-Bot rein. Zweimal den neuen Tavern-3-Drachen, der am Anfang des Kampfes einer Drachen-Divine-Shield plus einen Buff gibt. Er wurde jetzt genervt, er gibt nur noch plus 2, plus 2, nicht mehr plus 3, plus 3. Aber sind wir ganz ehrlich, es ging nie darum, wie viel der bufft. Es ging immer darum, dass der einen Divine-Shield gibt. Und direkt zwei davon, plus wir kaufen ihn nach, die kriegen durch Cookbook die Stats. Das ist halt, man sollte mit Ysera einfach die Quest picken, die am meisten Tempo gerade gibt und dann einfach ein Mid-Range-Tempo-Bild runterspielen. Ähm, bin ich sowieso dazu gezwungen, natürlich, weil ich hier sonst sterben könnte. Ähm, aber ja, man würde sich natürlich wünschen, dass das Divine-Shield direkt auf die Terragossa geht. Ist es hier leider nicht, aber macht jetzt nichts aus. Wir sind trotzdem stark genug, hier deutlich zu gewinnen. Und da fliegt Scabs raus. Und das ist natürlich jetzt gar nicht mal so kacke. Das nehmen wir mit. Wir discovern weiter, wir könnten zwar leveln, aber wir discovern weiter Vierer-Units. Wir brauchen keinen Fünfer-Drachen. Ein Razer-Gore ist nicht so gut wie ein Promo-Drake für uns. So, und die kaufen wir nach aus dem ganz einfachen Grund, dass die uns sau stark machen. Und dass wir dann einen Dritten noch finden, ist natürlich ein bisschen lucky. Aber ihr seht jetzt gleich, ähm, wie viele Stats die durch Cookbook selber schon gekriegt haben. Und man kann jetzt hingehen und man nimmt nochmal einen gebufften, ähm, Bronze Warden mit. Eine Divine-Shield-Unit aus dem Shop direkt mit Stats kaufen ist natürlich gut. Und wir kriegen drei Divine-Shields am Anfang der nächsten Runde. Was natürlich eine sehr gute Option ist, um der Terragossa endlich ihr Divine-Shield zu geben. Und dann können wir im folgenden nächste Runde den Triple auf dem machen, wenn die Terragossa endlich ihr permanentes Divine-Shield hat. Und, ähm, haben einen recht starken Mitrin-Stachen-Bild mit vielen Divine-Shields, ähm, der definitiv gegen Builds mithalten kann. Hier zum Beispiel ein Naga-Bild mit einer Artissa, äh, in Turn 10. Und trotzdem haben wir eine 100% Win-Chance. Das Tempo ist wirklich insane, was man dann von jetzt auf gleich auf einmal hat, ne? Ja. Da sterben wieder zwei. Wir sind in der Top 4. Wie gesagt, der Triple war gesetzt. Wieder ein 4-Drop, weil wir wollen einen Promo-Drake finden. Tun wir leider wieder nicht. Also die Discover waren jetzt nicht so lucky, deswegen jetzt können wir endlich leveln, ähm, und finden den Promo-Drake dann halt über unsere Hero-Power. Und da muss man ganz ehrlich sagen, nochmal einen Divine-Shield-Drache mit den Stats zu buffen ist dann dann ganz gut. Dann können wir auf den Nether-Drake verzichten. Denn die gleichen Stats geben wir quasi über unsere Quest gerade. Das heißt, wir verlieren keine Stats durch das Wegverkaufen von dem Nether-Drake, ähm, gewinnen aber einen Divine-Shield dazu, was theoretisch die doppelte Value für die Stats bedeutet, ne? Ähm, ja, Double-Promo-Drake, Double-Bronze-Word, eine richtig große goldene Terra-Gossa, und zweimal den, äh, wie heißt der? Amber-Guardian, glaube ich, ne? Ähm, den Amber-Drake, der uns auch nochmal Divine-Shields gibt. Also richtig starker Mid-Range-Drachen-Bild. Nur Tavern-3-Units quasi gerade auf dem Board und die zwei Tavern-4, äh, Promo-Drakes, die wir eigentlich nur über das Cover haben wollten. Ich war irgendwann gezwungen zu leveln, weil ich sie nicht gefunden habe, ne? Auch hier, guckt euch das an. Turn 11, eine Turn in Zug 11. gegen einen großen Drachen-Bild, also der hat ja Kaligos auf dem Board, haben wir eine 100% Win-Chance. Und das ist halt dieses Mid-Range-Tempo. Wenn man es einmal ans Laufen kriegt mit Ysera, kommen die anderen irgendwann nicht mehr hinterher, weil das Scaling halt passiv ist und einfach zu, zu schnell. Dafür, dass es passiv ist, ist es einfach zu schnell. Und da ist endlich der Triple. Das Schöne ist, durch die Cookbook-Stats ist sogar der Promo-Drake jetzt nützlich. Normalerweise wäre der immer relativ unnütz, sag ich mal. So, jetzt suchen wir noch nach einem nützlichen Drachen. Finden leider gerade nichts. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Aber ja, der Leeroy ist natürlich super, um gegen sowas wie den großen Gar oder den großen Master of Realities, der typischerweise in Elementarbilden natürlich immer hinten steht, um den direkt zu traden. Und ja, wir sind ein 5 Divine Shield Mid-Range-Drachen-Bild. Gucken wir mal rein, wie wir uns gegen Shenvala schlagen. Und auf geht's. Da ist der große Gar, wie gesagt. und Demented Queen. Da hätte ich sogar fast lieber Demented Queen gehittet. Aber eine 97,8%ige Win-Chance. Das ist nicht fair, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Gegen einen großen Elemental-Bild eine 97,8% ist wirklich mies. So, aber er hat jetzt natürlich gute Chancen, das Ganze nochmal anzupassen. nochmal eine Terragossa. So, jetzt muss, das ist halt die Überlegung, möchte man den Promo-Drake spielen oder nicht? Klar, der wäre groß, der wäre wirklich viel Stats. Ähm, ist ein bisschen schwierig zu entscheiden, ob man den verkaufen möchte oder nicht. Er hat natürlich ein bisschen Stats durch Cookbook bekommen, aber man würde Bronze Warden wahrscheinlich verkaufen müssen und damit einen Divine Sheet verlieren. Schwierig. Und wir geben halt nur mit unseren sechs Drachen auf dem Board ein plus sechs, plus sechs Buff auf der goldenen Terragossa, plus zwölf, plus zwölf. Wahrscheinlich wäre es das wert. Ja, es ist schwierig. Es ist eine Gratwanderung. In zwei Turns ist es das auf jeden Fall. So, er hat umgestellt, er hat mehr Taunt aufgestellt, genau deswegen, damit es unwahrscheinlicher ist, dass der Leeroy den Gar oder die Manted Queen hittet und das hat er auch geschafft und dadurch hat er uns halt einfach gecountert, weil der Gar alleine das jetzt einfach carried. Hätten wir früher Terragossa-Promo-Drake gefunden, wäre unsere Terragossa in einer ähnlichen Größe und hätte hier kompieten können. So war es knapp. Ich hoffe, das hat es Spaß gemacht. Wenn das so ist, lasst gerne ein Abo da, Glocke, Like nicht vergessen und ich. Ich wünsche euch eine geile Zeit. Ich bin raus. Ciao.